rhetorisches vermögen ist privat wie beruflich ein schlüssel zum erfolg doch wie entsteht eine gelungene rede was muss ein guter redner können um die aufmerksamkeit seines publikums zu bekommen und wortgewandt zu begeistern und ab wann wird redemacht zum instrument von manipulation oder propaganda lebensnah und anschaulich vertiefen unsere dozenten aus verschiedenen bereichen die facetten der redekunst der business coach doktor karl philipp von maldegem erklärt wann eine rede gelingt anhand praktischer beispiele zeigt er wie durch die kombination von körpersprache stimmeinsatz und der richtigen wortwahl ein auftritt zum erfolg wird mit interessanten einblicken in die geschichte der rhetorik bietet der professor doktor dietmar till fundierte hintergründe für den aufbau einer guten rede andreas sendker ressortleiter wissen der zeit beleuchtet das komplexe verhältnis von redemacht und politik und führt nach jeder lektion spannende interviews wertvolle tipps laden zur direkten umsetzung ein und eine extra übungslektion widmet sich dem souveränen auftreten rhetorik die kunst der guten rede von aristoteles bis heute das neue seminar der zeit akademie gabst du gabst du gabst du gabst du